Was geht ab mit einem Schnittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf PeatsmeetTV, dem besten Rack-Kanal der Erde. Und wir enden ja schon How to Rush B. Und jetzt gibt es How Countries Defend B. Ich bin sehr gespannt. Dein Video, was zumindest sehr gut angekommen ist. Endlich mal CT-Seite, ne? Sonst hatten wir immer nur die Terroristen. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ab dafür. Was? Marcello, was ist es? Was du tun? Defend B? Mamma mia, Marcello, das ist nicht wie du defend B. Was du mein? Alberto, komm und schau mal Marcello. Das war der Dorf. Mamma mia! Oh mein Gott! Natürlich. Was war das denn? Das ist glaube ich wegen Bad Spencer, oder? Ja, könnte sein. Oh man, Eco? Again? I don't think so. Open it. It's on the house. You can have the chest of gems every time you level up. Meanwhile, some Crash? What? Oh, there's more. How about we try some high-low? I call high. Just as expected. You can always play some good old Monopoly. Or maybe you'd like some sluts. We got that too. What the fuck? Wie aufwendig ist das? Sehr aufwendig. Das ist doch Werbung, oder was? Das ist Werbung, ja. Ich hab mich gerade gefragt, für welches Land das ist. Das war eine gute Werbung. Das kommt die Russen. Will ich aber eine Russen-Hocke sehen. Ja. Oh my god. Das ist so stupid. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alter. Alter. Okay. Flamenco. Die Banane muss man rein. Fußball. Ja. Wow. Ich find's witzig. Da kommen jetzt ganz viele. Ich will ja auch den Ronaldo-Shot sehen. Äh, nicht Ronaldo, den Roberto-Carlos-Shot. Yo. Hä? Wir können die Motorrad zu gut fahren. Ich versteh. What the fuck? Und das ist ja über Klopapier. Ich glaub, weil die das auch gebunkert haben. Ja. What the fuck? Das war jetzt schon das Weirdeste sogar. Komm, Samurai-Sperr. Oh ja, und dann macht er das. Er schiebt's wieder zusammen. Ja. Ja. Hahaha. Nice. Natürlich. Natürlich. Oh, gut. It's one piece. Hahaha. Hahaha. Tug ja den Scheiße. Tug ja den Anzug an. Ah, nee. Das Anzug ist wichtig. Tug ja den Anzug an. Was ist denn jetzt? Oh Mann, ist das doch wieder doof. Köttbullar. Das sind doch Norweger, die Wikinger. Oder? Geil. What the fuck? Baguette, Schnecken oder Frischen? Ja, Baguette. Und ne weiße Fahne. Wein, Wein. Da ist die weiße Fahne. Hehehehehehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehehe. Oh mein Gott, ist das dumm. Das ist aber auch herrlich. Aber schön, die andere Seite zu sehen. Das war gut. Sehr schön. Wenn es euch auch gefallen hat, bedankt fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.